Tschakaboom Bia Chalons Willkommen Jetzt sind wir mittlerweile auf Part 2 Wenn ich mich recht entsinne, von PULS Link in der Beschreibung zum ersten Part Und ich muss sagen, das Spiel hat es mir angetan Oh, unser erster Tod Ja, ok Ein Autosave ist drin Entscheiden gehen dabei die Tierchen verloren Ok, jetzt wird es ein bisschen kompliziert Man weiß nicht so recht, wohin man latschen soll Ah, ok Diese roten Bänder Geben uns anscheinend ein bisschen den Weg Also die Atmosphäre ist viel beklemmender als Bei Dings hier Schlenderman Ok, das sind die Mücken Aber anscheinend Da wir jetzt die Tierchen verloren haben Ups Nein, nein, komm her, komm her Ich finde diese Dinger süß Ok Ja, da kommen wir schon weiter Ok Das Ding wird traurig, ok Ich könnte sagen, dass das Mädchen vielleicht ein bisschen übergewichtig ist Deswegen der Sag ich mal etwas Ah, ok Also es ist jetzt nicht unbedingt ganz viel Action hier so Aber Oh Gott, Scheiße, nein Nicht schön wieder Ja Vielleicht, wow Vielleicht sollte ich dir den Vieh nicht unbedingt entgegenlaufen Ah, komm Oh, fuck Oh Was denn da los Es ruckelt So, jetzt müsste es aber glaube ich Ah, ich weiß wieso es ruckelt Äh Ich sollte mal vielleicht mal eine Filmpause einlegen So, da sind wir auch wieder zurück Wow Keine Ahnung was das war Ähm Ja, okay Jetzt ist es aber echt ein bisschen komisch Ich meine Allzu große Anforderungen ans Spiel sind ja nicht gegeben, ne Hoho Ja Das war ein Röpser Meinerseits Ok Ja Aber wo müssen wir hier hin? Dann stellen wir es mal hier rauf Geht es ja da Irgendwo weiter Ok Ah Hier geht es weiter, oder? Ja Aus irgendeinem Grund rennt das Vieh jetzt unter mir Wow Oh Ach Mensch Blödi Nicht lacken Ok Ach Ich bin Anfänger Ich bin Wollt ić Ach Okay. Das heißt ich ungefähr, wohin ich lighten muss. Och Mensch. Ja komm schon. Ich sehe nichts. Oh. Das Ding hat dich gefressen. Na komm zu Papa. Ich glaube da muss noch irgendwo so ein Ding sein. Ich glaube da muss noch irgendwo so ein Ding sein. Ja. Das Knudelbärs hier. Freut sich. Also zumindest weiß ich jetzt was ich machen muss. Aber erstmal. Dass ich mir hier wieder ein paar Tierchen. Krallen. Und wenn wir noch mit denen schön nach oben gehen. Würde ich mal sagen oder? Ja Blöde haben es nicht leicht ne. Ja Blöde haben es nicht leicht ne. Boah da geht es weiter. Okay jetzt habe ich es gesehen. Aha okay. Okay. Na gut. Bis dahin. Also nochmal. Bis dahin müssen wir latschen. Okay. Mal hoffen. Na toll. Boah. Oh. Ja nicht klippieren. Nicht klippieren. Ach komm schon jetzt. Lack die Scheiße auch noch. Na komm nein. Nein, nicht das Ding essen, mich in Ruhe lassen, schnell rein, schnell rein, ja, verzieh dich. Also wieder nach oben. Das ist doch ein bisschen anstrengender als ich dachte. Ja, schönen Geburtstag, mal mit. Ja, wunderbar, frage ich jetzt bloß, wohin? Das Gelände ist ja scheiße groß. Oh, und das Vieh kommt wieder. So, jetzt sind wir das mal hier sicher. Ja, ich würde nur sagen, das war es erstmal mit diesem zweiten Let's Play. Ich muss mal gucken, weshalb das Spiel so anfängt zu lacken. Tschö, tschö.